Recognize the danger, erkenne die Gefahr, das ist das Motto vom diesjährigen Liveball und es geht voll auf, denn alle Promis wissen bestens Bescheid, aber sehen sie selbst. Recognize the danger, eine wichtige Message, was bedeutet das für dich persönlich? Ich finde, was für mich das persönlich bedeutet, ist natürlich auszulegen auf diesen Abend, dass man die Gefahr, die von HIV und Aids ausgeht, einfach wieder ins Bewusstsein rückt. Aber zum anderen ist es auch ein sozialpolitisches Thema, denn wir leben in Zeiten, die, um ehrlich gesagt, ich nicht dachte, dass ich sie erleben muss, dass wir jeden Tag in die Zeitung gucken und beruhigt sind, wenn es nicht zu schlimm ist, was passiert. Fühlst du dich sicher auf so einem großen Redaktion?